Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, beim letzten Mal haben wir unsere neue Produktionsstätte hier aufgebaut, die jetzt aktuell die Öl- oder die Dieselproduktion übernimmt und somit uns einen sehr, sehr guten Dienst leistet. Und wie es ausschaut, aktuell auch wirklich gut alles übernimmt an der Stelle. Deswegen werden wir jetzt mal fürs Erste die alle auf Pause setzen, um zu gucken, was passiert. Weil natürlich das funktioniert und wir die ausschalten können, können wir die in Zukunft abreißen, das Ganze ein Stück nach vorne fahren, das Kabel vielleicht dann hier langlegen, das dann hier wieder ein bisschen feiner machen. Oder wir tun das Ganze kopieren und eins nach vorne setzen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aktuell zieht er ja, glaube ich, auch nur aus einem Tank. Ja, aus dem hier. Das können wir rein theoretisch ändern. Wenn ich ihm hier sage, Ohrleitung 2, verbinden. Jetzt kommt er eh schon wieder an und tankt voll. Also ich bin mal gespannt. Sollte ja gleich alles wieder durchlaufen. Und wenn alles gut ist, dann füllt das Ding ja mehr auf, wie er reinkommt. Aber aktuell scheint er irgendwie noch zu struggeln, zu wissen, was er tun soll. Es fließt auch gerade. Oder floss ordentlich. Also, wenn wir so einen hohen Verbrauch hätten. Wollte ich schon sagen. Schaut doch viel zu gut aus jetzt. Wie viel hat denn der noch drin? Halben Tank. Jetzt haben wir ausgleichende Balance. Jetzt sollten die Tanks hier auch gut durchkommen. Warum produzieren wir gerade? Wie blöd. Und es geht Energie aus. Oh, die brauchen... Und es ist die Kohle ausgegangen. Scheiße. Leute, wir bräuchten bitte noch 1, 2 LKWs hier. Die sich um die Bagger kümmern. Ja, hier ist aktuell Land unter, wie es ausschaut. Wir produzieren gerade wie irre. Das ist gleich das Hauptproblem. Jetzt haben wir hier einen Erdrutsch. Einen kleinen... Oh ja, schauen. Kleine Erdrutsche. Okay, das kann natürlich passieren bei so einer Riesenmine. Das kann natürlich passieren. Man sieht auch hier, es ist jetzt auch schön reingerutscht. Ne, aber das wird schon werden. Nur unsere Dampfproduktion kommt halt aktuell gar nicht hinterher. Jetzt müsste der doch dann wieder hier was hinschicken, oder? Die soll hier mal mindestens die Hälfte voll halten. Sagen wir es so. Die müssen jetzt natürlich erstmal die ganze Erde wegschaffen, die sie jetzt gerade gebuddelt haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungut. Was willst du machen in dem Fall? Aber wir stehen halt gut in der Kohle hier eigentlich drin, ne? Wir werden wahrscheinlich jetzt eher hier rüber müssen. Das bedeutet, wir müssen auch mal schauen, dass wir unseren Weg hier dann nochmal neu planen. Gut, jetzt geht hier ein bisschen Kohle schon mal raus. Kippt die Kohle nach. Und heizt die Maschinen. Wir brauchen Dampf. Weil ohne Dampf passiert halt genau das, was jetzt passiert. Das ist genau das, was passiert, wenn Dampfprobleme macht. Macht die Karre voll. Kommt schon. Jetzt ist natürlich hier dementsprechend auch die Masse da. Vielleicht können wir in Zukunft den Weg nach hier vorne packen, irgendwie. Dann können wir die Miele noch besser ausnutzen. Genau, hier haben wir den Gießereiz und hier haben wir einen Mischer. Der macht nur aus Biomasse oder Tierfutterkompost. Ich glaube irgendwie, dass uns hier ordentlich das Ding abgerutscht ist. Dann lasst uns doch mal am besten hier fürs Erste noch ein Stück rausreißen. Die Ecke als erstes mal vergessen. Ist das nicht mehr in eurem Bereich drin? Habe ich nicht den Bereich so schön groß gemacht? Also von hier bis da hinten. Lass ich mir jetzt hier agieren. An die Arbeit, Männer. Runter in die Mine. Wir brauchen Dampf. Aber man sieht schon, der Dampf ist aktuell halt echt problematisch. Wie kann das da hinten denn noch unter Druck arbeiten? Können wir nicht rein theoretisch machen? Was mache ich? Ich acte mit den restlichen Abfällen. Ah, das brennt gleich alles ab. Gut. Ich kann hier rein theoretisch das auch so verändern, dass ich den Anschluss hier stoppe. das dann hier am Wasserhang anschließe. Oder was, wenn wir einfach zwei gegen Öl austauschen und das alles hier runterlaufen lassen? Kann ich rein theoretisch? Einfach mal nur so aus Interesse. Ja, kann ich. Ich würde euch bitten, ein Kabelanschluss das erste Nacht da zu bauen. Was kann denn unsere schöne Maschine verwenden? Weil ich glaube, Mix kann ich ja nicht geben in dem Fall. So. Jetzt machen wir erstmal ein großes Viererlager hier hin. Und schauen nur, dass wir hier so drum kommen. So. 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 dann können wir hier entsprechend die teile austauschen so die ersten gas kommen die ersten kann man laufen schon machen wir das am besten jetzt ich denke mal so ja komm schließt sich daran und dann tun wir das davon abreißen lassen und dann dementsprechend kurz die zwei fackeln runterziehen dann sollten wir ja mit den wo ist denn das jetzt hier gaskessels verarbeiten können mittel destillat und schweröl was tun wir denn in der ersten verarbeiten noch mal schweröl alle kriegen wir auch weniger raus oder leicht destillat ich kann natürlich auch mittel destillat verwenden mittel destillat brauche ich eigentlich um die gasanlagen weiter fortzusetzen so rohrleitung 2 bau den mal kurz ab so dann hätte ich keinen anlass so und dann hier direkt sagen schnell liefern bei dir auch damit die es abpumpen können wenn was hier durchläuft weil wenn die mit jedem zyklus nur einmal zwei produzieren so schauen wir mal hier bei der produktion von dampf steht wo waren das jetzt aha warum vergesse ich das jetzt mal hier er braucht vier schweröl um hohen druck 8 zu produzieren wir brauchen der der macht auch 8 der hat dafür mehr gase aus wasserstoff dampf und druck los ok wie produziere ich wasserstoff weil das wäre sonst auch ein weg das ganze zu machen hier sammelt sich das jetzt so ein bisschen an was ich gern hätte wäre dass wir die produktion jetzt einmal kurz auseinander nehmen dann dementsprechend schnell ein heizkessel ansetzen und auf schnell liefern gehen und auf schnell liefern gehen oder das geht gar nicht das stück hätte ich gerne kurz entfernt weil dann führen wir das hier so schön drüber man kann das easy unten anbringen zack und schon läuft der nämlich auch wir haben ein bisschen mehr kohle einen der weiter dampf produziert mit ein bisschen anderen mitteln weil selbst wenn die kohle mal leer läuft sollten wir das dann hinkriegen wie schaut es energiemäßig aus natürlich nicht für röselnd in dem fall ne was pute hier ist stickstoff und sauerstoff und die milch oder die die kraftversagen wasserstoff aber gibt es nicht in wikipedia von uns irgendwo oder für das ding natürlich ist die kohle zum beispiel wieder leer das ist ja echt nicht das was passieren darf die bundeln brav das kupfer ab das funktioniert auch noch gut fehlende materialien wir produzieren davon halt weniger aktuell aber was willst du machen verordnung 3 wurde auch schon gemacht also aktuell läuft fast keine maschine außer die mit gas aber die scheint auch nicht so zu laufen wie wir es bräuchten wahrscheinlich haltet sie nicht auch aus ist das jetzt weil sie kein wasser kriegt ne sie hat zu wenig öl jetzt laufen aber die maschinen hier wieder besser ich würde gerne vielleicht jetzt so machen dass wir wirklich das mitteldestillat mitverwenden dann können wir eine extra maschine bauen die zwei maschinen betreibt mit dampf das sollte sich schon mal was bringen könnte ich auch brenngas nutzen aber das ist natürlich alles wieder so eine blöde sache wart ihr ist nicht das unser mixbuch ja perfekt mitteldestillat sauerstoff was haben wir gesucht wasserstoff ich kann noch keine so wasserstoff machen wie es scheint ok wie geht brenngas brenngas brauche ich den ganzen stimmel hier das wird noch freigeschaltet in der kraken kann ich auch schweröl sogar mit wasserstoff rohbenzin und rohbenzin nochmal mit wasserstoffe dann zu dieselt kriegt dann mehr raus oder ist das bloß eine blöde umwandlung scheint eine blöde umwandlung zu sein was für möglichkeiten gibt es den dampfohndruck zu holen uran brenn ok heizkessel hö da wird einfach aus wasser dampf ok brenngas ist jetzt also nicht die gute variante im grunde ist es dass das schweröl und das leichtestillat beides was wir nicht verwenden grundsätzlich was praktisch schwer die frage haben wir genug momenten mittlerweile drin scheint so ok der ist auch komplett backlogged würde die funktion hatte das hat jetzt echt was gebracht cool ich überlege nicht ob wir nochmal eine zweite anlage von dem hier bauen eins weiter nach vorne versetzt um sozusagen noch höhere produktionsmengen haben zu können weil wir natürlich so voll gelockt sind dann können wir gleich noch besser benzin produzieren wie schaut es mit unserem öllager aus ja schauen wie schön voll das ist öl ist voll benzin ist da das schaut auch gut aus die verbessern wird auf die schnelle einfach mal zack das funktioniert super dann schaut das hier ganz gut aus dann kann die alte anlage gleich abgerissen werden weil dann benötigen wir ja die nicht mehr müssen wir nur aufpassen welche kabel wir entfernen wir brauchen ja trotzdem noch die kohle für hier vorne bedeutet wir müssen gucken wie wir am besten hier das raus leiten als erstes muss natürlich mal die leitung so weit wie möglich ausgetauscht werden weil wir einfach den platz brauchen zack alles weg genauso muss zum beispiel die anlage hier weg der teil alter geht hier auf einmal viel weg das ist ja wahnsinn der turm ist weg alles ist weg die anlage kann dann auch weg weil die gibt es auch braucht auch keiner mehr ah ne der produziert damit noch schon dürfen bloß nicht das falsche kabel gerade vernichten sonst haben wir ein problem alter wir kriegen jetzt viele ressourcen es ist so viel zeug was wir wieder verbaut hatten und das für so eine kurze zeit so hier ist sogar noch überall backlog drin gottes willen ist hier noch viel zeug wie viel auf einmal übrig bleibt das ist schon irgendwie lustig so die restlichen ölanschlüsse auch weg so dann ist hier wieder ein riesen platz frei auf einmal das ist brutal ich würde aber ganz ehrlich versuchen das dann hier zu optimiert also wirklich gut zu optimieren ach schau mal da ist noch ein stück übrig deswegen auch schauen dass wir das den platz so gut wie möglich nutzen deswegen kommt jetzt hier zum beispiel um das ganze zeug zu abzuarbeiten auch hier so dann ist es nicht ein bisschen schöner komprimiert da hinten und ich würde auch ein neues Benzinkabel legen das dann hier lang geht das dann hier lang geht so warte mal warte mal so so dann läuft es nicht ab sofort hier rum dann ist hier der anschluss und dann würde ich hier ein kleines stückchen mal abschneiden dann kann ich hier nichts mehr durchfließen dann muss es da jetzt durch zack dann läuft es auch schon perfekt jetzt habe ich schon das hier voll machen die Maschinen laufen noch auf Backup hier drüben haben wir die ganze Maschinen Alter das Ding läuft auf 100% fast schon wir sind voll mit Dampf ist ja immer mega cool dass das so funktioniert so gut auch ich dachte dass das irgendwie schlimmer ist was ich jetzt halt schaffen will ist hier ordentliche Anschlüsse das bedeutet wir sehen wo was raus geht wo was hingeht und das halt relativ ordentlich das Kabel müssen wir jetzt natürlich Richtung ändern damit der Fluss passt aber im Grunde haben wir jetzt dann alle Kabel hier schon wieder ordentlich verarbeitet richtig schön unsere Tanks sind auch schon fast voll er nutzt jetzt aber auch lustigerweise die obere Linie lieber wie es scheint also irgendwie nutzt jetzt die untere gar nicht mehr dafür muss ich wahrscheinlich so ein Ausgleichsrohr nehmen oder sowas wahrscheinlich hier im Ende auch gar nicht schlecht damit der Druck ausgeglichen wird wenn eins voll ist warte mal wir tun das jetzt wirklich so machen dass wir hier schnelles abbauen dann bauen wir hier ein Ausgleichsrohr rein das ist einfach jederzeit hier schnell liefern zack dann kann ich hier die Priorität sogar einstellen ach schau an deswegen striktes Einhalten einer gleichmäßigen Zuführ finde ich cool jetzt ist zwar der eine fast leer aber er wird strikt hier durchgefüllt und jetzt wahrscheinlich dementsprechend noch besser betankt schauen wir wie gut der voll geht jetzt naja da ist noch ein bisschen was drin aber ich glaube dadurch können wir jetzt strikt die Leitungen ein bisschen besser ausgleichen und ich glaube das könnten wir hier auch brauchen wir tun euch mal kurz das zurückschmeißen ich muss kurz gucken das ist da unten ein bisschen weg natürlich tun wir das jetzt alles schnell entfernen weil wir es können und wir natürlich schnell das alles wieder brauchen dementsprechend natürlich hier jetzt ein Ausgleichskabel einbauen und hier noch eine zweite Leitung rein ne das hätte schon passt dann wird das hier gebaut schnell der Anschluss und der Anschluss und dann sollten die jetzt relativ gleichmäßig verteiltes durchschicken was der Produktion natürlich wieder gut tut und das sollte alles besser sein aber Leute ich würde sagen das war es für diese Folge ich hoffe es gefallen ach schon mal die haben wieder nichts zu tun wenn ja lasst unbedingt einen Daumen nach oben da abonniert wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns beim ne wir sehen uns beim nächsten Mal wieder also bis dann ciao ne ok passt Leute bis zum nächsten Mal ciao ciao bis zum nächsten Mal